Also Sie sind ja in dieser Partei und ich habe das auch auf Ihrer Homepage gesehen, Sie sehen sich ja sehr der sozialen Marktwirtschaft verpflichtet, die auch unternehmerische Freiheit als eines Ihrer Kernaussagen verpflichtend sieht. Wie geht man mit diesem Spannungsfeld um? Also ich glaube, in dem Moment, wo man sich entschlossen hat, tatsächlich in eine Partei einzutreten, ist es wie mit einer Ehe. Es gibt gute Zeiten, es gibt schlechte Zeiten. Und ich gehöre zu denjenigen, die dann eben auch sagen, man muss auch schwierige Zeiten miteinander dann durchstehen und gehöre nicht zu denjenigen, die dann sagen, ich suche mir dann eine eigene Partei, sondern versuche in dem kleinen Rahmen, und den hat man immer auch in einer Parteiendemokratie, seine Erfahrungen mit einzubringen, auch wenn es schwieriger wird. Und bei den Aufgaben, die ich auch momentan innehabe, auch als energiepolitische Sprecherin, ist es natürlich nicht einfach. Und trotzdem lohnt es sich, um jede Kleinigkeit dort zu kämpfen, um zu versuchen, tatsächlich auch marktwirtschaftliche Mechanismen in irgendeiner Art und Weise dann wieder zum Tragen kommen zu lassen. Also man muss sich bescheiden. Als Abgeordnete muss man irgendwann anfangen, sich sehr zu bescheiden mit den Ergebnissen, die man mit der eigenen Arbeit erzielen kann. Aber ich denke, dass es notwendig und wichtig ist, dass zum Beispiel ich mit meinem Ansatz von sozialer Marktwirtschaft, aber auch wie andere Kollegen, die einfach auch dabei bleiben und sagen, wir müssen kämpfen, dass die eben dabei bleiben und diese Farbe auch nach wie vor sichtbar wird. Die Schokolade Die Schokolade Die Schokolade Die Schokolade